Hallo und herzlich willkommen zum besuchen, Yoshi ist da. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit gestatten, in die Piratenbucht. Und haben nur noch 3 Yoshi's, äh. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert, wenn ich alle verliere. Wirklich. Wow. Bomben. Kann ich wahrscheinlich nicht schlucken, ne. Weiß ich nicht, was kann ich uns sonst essen? Dann geht er hoch, Hirschi! Erst. So. Auf dahinten. Ich habe immer Angst, dass ich runterpflüge. Erst. Na? Komm her, Frucht. Also, falls ich ein Herz jetzt nicht kriege, ist es halt so. Ernsthaft, diese Schei-Gäste sind so nervig. Ist da, da oben ist was. Da hab ich gesehen. Na komm. Da sind wir da. Na komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Aber kein Herz. Ähm, warum hat das die Farbe gewechselt? Ist das denn ernst? Ernst. Ernsthaft. Ähm. Wo sind meine, wo sind meine Eier? Ja, wir packen Yoshi's mehr. Ist das dumm. Achso, ich habe das Bomben hinter mir. Das ist so dumm, oder? Das ist so dumm. 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 Ist das so dumm? Das ist da so dumm. So, halt das auch. Ah, weh. Wie ist das dumm? Als erster erst hab ich auf jeden Fall schon. Wow. Ja, ich fang mich grad gar nicht, dass ich auf den Level 1 noch mal anfangen muss. Ich muss besser aufpassen auf meine Yashinos. Das kann ich gleich mit ihnen zerstören. Ja. Ich schieb da einen Apfel her. Mit eigentlichem Apfel nicht ein Scheiger. Und so. Ich schieb da. Ja, das ist das. Ich bin mir gleich wieder am Apfel. Ja. Ah, einfach durchröhnen. Ist doch irgendwas auf dem Baum oben. Und so. Der Sonnherz. Oh. Hier ist noch etwas. Ich bin so. 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 Ich höffel noch. Ja, wurscht. Dann noch. Jetzt muss ich gar nicht so schnell erspielen, weil ich war ja schon auf 5. Alle ersten habe ich trotzdem nicht, aber egal. Ich finde es dumm. Ah ja. Ich tue überhaupt nichts, der kann es lesen. Wie ist das dumm, Alter, wirklich? Ach, Alter. So... Ja, das ist doch... Ich hätte vielleicht nicht die essen dürfen. Ähm... Oh, da ist ein Knochen-Drache. Ich habe keine... Au. Ich glaube, den XM war zu spät. So, da unten ist ein Checkband. Dann nehme ich ihn mit. Ah, das ist dumm. Das ist doch... Äh. Ist doch stören. Oh, da ist ja schon wieder... Schluchfe! Das häls! Ah, da ist ein Herz. Danke Schnuffel. Sehr nett von dir. Da können wir da keine... Nein, ich brauche so viele Früchte und ich habe nichts zum Abschießen. Das ist dumm. Das ist dumm. Woher kriege ich jetzt fast? Oh, gut. Mit mir gehe ich dann zurück. Sooo... Kann man eigentlich auch, wenn man runterfällt und verwundbar sein? Ich glaube nicht nur. Ich schaue das nicht so schnell wie möglich. So ein Kapitel 5 auf jeden Fall kommt. Natürlich soll ich das aufnehmen, aber es ist halt so nach Spruch. Wie viel habe ich noch so viel? Ich bin... Lakito! Du kannst weggehen. Ja, mir ist gerade gar... Waaah? Welja, ist das ein Schössweg? Hier! Ich denke auch ich dann Zwiebel, wenn man da was sieben kann. Das ist nichts. Und dafür habe ich ein Joschi hergeben müssen. Das ist so dumm. Das sind Früchte. Die lasse ich mir natürlich nicht engern. Alles was dafür sorgt, dass ich so schnell wie möglich da wieder nach 5 komme. Nach 5. Keine Ahnung ob das sie überhaupt... Sie muss da ziehen, ok. Keine Eier mehr. Darunter komme ich ja nicht. So, dann lasse ich da ran. Da geht's auch runter. So, das ist ein Motor. So, keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich dann geschlossen bin. Hier ist noch besser herauf. So. Weiter. Wo ist denn wir da oben? Der Name. Eine Frucht noch. Da wird noch eine Frucht, was ist da? Wurscht Braust du Einiges habe ich, ist halt so, reicht, muss weichen Einmal nur dumm Ja, ich riech mal so ein bisschen rausnehmen Außer einer, der ist gestorben. Wir könnten eigentlich die Josches immer glücklicher werden, wenn ich der Kumpel bin, wenn es immer einer nicht schafft. Also 3 ist gar nicht da, dann mach mal eins, mach mal Himmels-Turm. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß auch, was mich da erwartet. Das weiß ich doch schon. Ich weiß, was ich nicht so gut ist. So, da muss man einmal umsteigen. Das weiß ich noch. So, das war ja der, was ich immer drehe, sobald es da mal drauf. Genau, Lila war nervig, das weiß ich noch. So. 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 Da muss ich mit dem fahren. Ja, ganz hundertprozentig weiß ich es auch nicht mehr. Also den darf ich nicht. Ich weiß nicht mehr wo ich genau hin muss aber ich weiß. Ah da anschauend. So weiter gehts. Ja, auf die warte ich. Na geh. Also den kann man eh noch einmal. Jetzt haben wir noch die zwei, äh frucht oder? Egal, ich kann mal weiter. Ah ja, ich kann mal weiter. Ah ja, ich kann mal weiter. Und der, der Spass. Oh, den Spass hab ich ganz vergessen. Hallo. So, eine Frucht noch. Nein, kein Schalto. So, das wird beendet. Und das kommt. Ein Boss. Die Fufi-Wolke. Sie ist so lecker. Ja, bitte isst mich nicht. Ähm... Wer ist es denn erst? Und fertig. Ähm... Ähm... Ja, weiß ich, besser geht, muss ich es auch so machen. Ich finde das noch so dumm. Ich halte der Wolken, abgezogen. Genau, dann hängen die mutigen Joschi und die mutigen kleinen Joschis noch verhalten werden. Schimmerwolken erwartet sie zum Duell. Ja, ich bin auch glücklich, wenn ich einen Duell mache. Ach man, ist das dumm. Eigentlich bin ich nicht so Fan. Ach ja. Puh. Ach schon, das war ja... Hm. Das war die Welt mit der kommerischen Musik, genau. Scheisse. Geh, das wird ja noch geholfen, keine. Das hat mir geholfen, keine. Also nicht so gut. Ich hatte ihn schon mal. Ich habe ihn einfach da. Und fach mich nicht in der Musik, ne? Die ist einfach wüt Die Musik ist so dumm Deine Frucht Die Musik ist so dumm Ich glaube das ist eigentlich das mit einem Fisch, aber anscheinend Die Musik macht mich fertig Was haben wir da? Oben ist eine Frucht Was haben wir da unten? Ja, die Musik gehört so Keine Sorge Die ist nicht nur wird, sondern die Kürze Das war knapp, aber ich habe es geschafft Es gibt so viele Geheimnisse in das Spiel Ich habe einen Herz, aber ich weiß nicht wo Ich habe einen Herz, aber ich weiß nicht wo Da komme ich nicht runter Ist oben oder unter Wasser? Da ist das die Frage Oberwasser oder unter Wasser? Unter Wasser Da ist das Herz Kommt ja nicht so durch, ja Da unten ist noch eine Frucht Au Wow Diese Stachel Oh Ich wollte eigentlich diese Stachelfrucht aus So So Boom ist sie Next Da 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 ich mag auf jeden fall nicht im wasser darüber stimmen weil ich glaube jetzt kommt das was das was ich mich erinner so jetzt kommt die impf oder wo gefahr droht kommst du ihm so nah wirst du fressen ja jetzt kommt der große nein 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 du bist weg jetzt weiß ich warum ich das da Bevor er das Faktor mal nicht besiegen kann, ich glaube nicht. Also zumindest, ich wusste zumindest nicht, ob es geht. Geh weg. Du brauchst gar nicht nach mir schnappen. Nein! Wo ist er? Ich sehe nicht. Nein. Geh weg. Oh fuck. Nein! So schnell kannst du nicht einmal reagieren. Nein! Du brauchst mich nicht rein gehen. Das ist sinnlos. Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Ich schau jetzt einfach, dass ich durch kann. Dass ich die Furcht da oben halt nehme. Geh weg! Du springst doch auf, wirklich! Was bist du für einer? Nein! Oh fuck, 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 fuck! Ich bin im Wasser! Nein! 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 Weg hier, Leute. Ja, da geht's. Ich hab so viele Jahre schon verloren Ich bin genauso glücklich wie die Joschis So, in den nächsten Bad gehen wir da zusammen Es ist halt dumm, dass ich da gestorben habe Hoffentlich sterbe ich da nicht nochmal in den nächsten Bad Weil sonst schneide ich das Gut, bis bald und schau